Ein Mercedes-Benz A180 ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem grauen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 15.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2013. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Bluetooth, Tempomat, Start-Stop-Automatik, Regensensoren und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 122 PS an ein Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,6 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Auf Wiedersehen! Abonnieren Sie heute Abend!